Hier sehen wir das neue FLM Kohlefaser-Stativ, das die niedrigste Höhe hat, fast ganz am Boden. Das nächste ist das Gizzo, das neue Gizzo, dreifach ausziehbar, geht auch schon sehr weit herunter. Und die nächsten sind die ACG von Sattler und das hier ist das Profi-Stativ ENG, wesentlich stabiler wie Sattler AC und andere, aber natürlich auch etwas teurer. Wie gesagt, hier haben wir wirklich das einzige Kohlefaser-Stativ von FLM, das wirklich bis zum Boden geht.